Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein sehr langersehntes Video, denn ich wollte euch heute unsere neugeborenen Stoffwindel-Erstausstattung zeigen. Einige wissen ja, wir wickeln seit eineinhalb Jahren mit Stoff und zwar bei meiner großen Tochter. Und ja, wir haben uns damals bei der Geburt nicht dazu entschieden, direkt mit Stoff zu wickeln, sondern eben erst, als die kleine Maus ungefähr ein halbes Jahr alt war. Und genau, da gab es einfach ein paar Gründe, beziehungsweise hatte ich eigentlich immer vor, mit Stoff zu wickeln, aber irgendwie war das dann mit der Geburt und ach, das ging mir einfach alles viel zu schnell. Ich hatte gar nicht den Kopf dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Und da wir jetzt aber, wie gesagt, eineinhalb Jahre glücklich mit Stoff wickeln und das alles super klappt, haben wir uns jetzt dazu entschieden, beim zweiten Zwerg auf jeden Fall ab der Geburt mit Stoff zu wickeln. Genau, und heute wollte ich euch eben mal unsere Erstausstattung zeigen. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach zu überlegen, okay, was brauche ich bei einem neugeborenen für Stoffwindeln, wenn man ein Kind hat, ja, was mit den elf Kilo eben nur noch die One Size trägt und auch nicht mehr allzu oft gewickelt werden muss, sondern nur noch drei, viermal am Tag und, ja, auch schon öfters auf Töpfchen geht. Also es ist gar nicht so einfach. Und ich habe mich da mit der lieben Stefanie von stoffwindelshop.at auseinandergesetzt und ganz viel mit ihr gesprochen und sie hat mich ganz toll beraten. Ich verlege euch den Shop unten in der Infobox. Dort haben wir auch das meiste bestellt, weil dort gibt es einfach fast alles. Und das ist natürlich mega praktisch. Versand von Österreich nach Deutschland auch mega, drei Tage. Also da gab es auch gar keine Probleme und Versand sogar kostenfrei. Genau, also wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Infobox, aber ich zeige euch das gleich alles, wie gesagt, im Detail. Ja, bei den Neugeborenen ist es ja so, die Stoffwindeln halten auch nicht allzu lange. Also die meisten sind so von 2, 2,5 oder 3 Kilo bis ungefähr 6 Kilo. Manche auch nur bis 5 Kilo. Und deswegen habe ich bei meiner Kleinen mal ins U-Heft geschaut, wann sie denn ungefähr so die 6 Kilo erreicht hat. Und das war irgendwann irgendwie so mit 4, 5 Monaten. Und deswegen habe ich mir so überlegt, okay, was brauche ich jetzt für 4, 5 Monate, die wir halt wickeln dann. So, und wie gesagt, habe ich mich dann mit der Stefanie auch noch ganz voll auseinandergesetzt und ganz viel mit ihr gesprochen. Und jetzt haben wir, denke ich mal, das perfekte Paket zusammengeschnürt. Es fehlen noch ein paar Sachen, aber ich wollte jetzt einfach mal das Video für euch abgedreht haben, weil ich mich auch schon so darauf freue und weil ihr wirklich auch sehr, sehr lange schon darauf gewartet habt. Genau, ich sage euch einfach, was noch fehlt. Und zwar sind einfach noch ein paar Höschenwindeln, die noch fehlen. Da warte ich gerade auf eine neue Lieferung von Stoffwindelshop. Also Stoffwindelshop bekommt eine neue Marke ins Sortiment. Und da warte ich gerade, bis die eintrifft. Und dann werden wir da auch komplett durch sein. Aber das erzähle ich euch gleich, wenn wir zum Thema Nachtwindeln, Höschenwindeln kommen. Und außerdem weiß ich noch nicht, ob wir mit den Einlagen so hinkommen, die ich da habe. Aber das muss man halt in der Praxis sehen. Ich weiß nicht, ob ich mir da noch ein paar dazu hole oder ob das eben jetzt reicht. Aber ich habe ja auch noch ein paar von LIA. Das Problem ist nur, dass nicht alle One-Size-Einlagen halt in diese kleinen, neugeborenen Höschen passen. Da muss ich aber schauen. Ich habe ein paar kleine Pre-Falls noch da. Die benutze ich bei LIA immer noch sehr, sehr gerne, obwohl die ein bisschen kleiner sind als die normalen, die LIA hat. Aber die kann man trotzdem auch sehr, sehr gut verwenden. Und auch die kleinen S-Einlagen von Milovia. Die sind ja auch sehr klein. Ich denke, die könnten auch gut in die kleinen Überhosen passen. Und genau, deswegen denke ich mal, dass wir da gut ausgestattet sind. Aber das muss man in der Praxis schauen. Und man kann nicht immer noch ein bisschen mehr kaufen. Bei Neugeborenen ist es eben so, dass sie viel öfter gewickelt werden müssen. Das weiß ich bei meiner Tochter damals noch, dass wir sechs, sieben Mal mit Wegwerfen gewickelt haben. Bei Stoppeln wird es ähnlich sein, weil die kleinen einfach sehr, sehr viel pinkeln am Anfang. Stuhlgang hatte meine kleine Maus nur einmal die Woche damals mit Muttermilchstuhl. Das war jetzt also nicht das Problem. Aber wer weiß, ob das bei meinem kleinen Zwerg dann auch wieder so sein wird. Oder ob der jeden Tag mehrmals hat, so wie mein Cousin. Das ist natürlich immer unterschiedlich. Es gibt immer die eine Seite von Kindern und die andere Seite von Kindern. Das muss man dann, wie gesagt, auch in der Praxis schauen. Aber ich habe jetzt mal gerechnet mit so sechs Windeln am Tag. Und dann, ja, die Überhosen kann man ja auch wieder verwenden. Aber ich verlinke euch mal mein anderes Video zu den Stoffwindeln allgemein. Hier oben, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Da habe ich einfach über die Stoffwindeln allgemein gesprochen. Das heißt, auch die ganzen Systeme und alles. Und hier möchte ich jetzt wirklich nur einmal auf die Erstausstattung eingehen. Was wir jetzt wirklich eingeplant haben für den kleinen Zwerg. Ich würde sagen, wir fangen an mit Wollüberhosen. Beziehungsweise Wollschlupfhosen. Die habe ich mit meiner Tochter sehr geliebt. Das sind so kleine, ja, Wollschlupfhöschen. Die sehen aus wie so kleine Unterhosen. Und die kommen eben nachts über die Höschenwindeln. Das hier ist eine Höschenwindel. Das ist eben für die Nacht extra eine Windel. Die saugt sehr, sehr viel. Und da muss man einfach in der Nacht nicht so oft wickeln. Und darüber kann man entweder eine normale Überhose benutzen. Oder eben hier diese Wollschlups. Die Wollschlupfüberhosen müssen gefettet werden. Aber dazu in meinem Wollvideo ein bisschen mehr. Das Gute hier an diesen Wollschlupfüberhosen ist, dass sie einfach sehr bequem sind. Weil sie hier so ein richtig schön weiches Bündchen haben. Am Bauch genauso. Da schnüht also nichts ein. Da kann nichts quetschen oder so. Die passt sich optimal dem Kind an. Das heißt, jetzt ist sie in dem Neuzustand. Aber wenn das Kind ein bisschen dicker ist, dann formen sie sich hier oben ein bisschen aus. Und auch an den Beinchen. Also die passen sich sehr gut dem Kind an. Deswegen ist zu empfehlen, die immer neu zu kaufen und nicht gebraucht. Weil die sich eben, wie gesagt, wirklich sehr extrem und sehr schnell dem Kind anpassen. Und dann eventuell, wenn man die gebraucht kauft, deinem Kind nicht mehr passen. Weil die sich vielleicht hier oben ein bisschen zu doll gedehnt haben oder ähnliches. Genau. Ich habe mir hier von zwei Stück bestellt, weil ich die unbedingt haben wollte. Und genau, die sind eben in 50, 56. Die gibt es immer so in Größen extra. Die nächste ist dann 62, 68. Da habe ich auch schon welche besorgt. Aber ich wollte euch jetzt, wie gesagt, hier einmal die ganz kleine Ausstattung zeigen. Also wie gesagt, einmal hier zwei Stück. Die sind von Disana. Und dann habe ich hier noch eine. Die sieht ein bisschen anders aus. Ist aber genau dasselbe. Und die ist von Many Months. Ich glaube, so ist es richtig ausgesprochen. So sieht das Logo auf jeden Fall aus. Die habe ich von Fratz Hosen. Das ist auch ein Stoffbindelshop. Den verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Genau. Dann habe ich halt drei Stück. Und ich denke, damit kommen wir ganz gut aus. Auch wenn dann mal was daneben geht, hier innen vom Stuhlgang oder sowas, dann ist das nicht so tragisch. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach direkt mal kurz bei Wolle. Ich habe mir nämlich noch zwei Wollüberhosen bestellt damals. Schon recht früh in der Schwangerschaft. Die sind auch von Fratz Hosen. Das ist einmal hier eine von Anavi, die Neugeborenen. Und die kann man aber hier auch noch einmal snappen. Ich habe die jetzt einfach auf die kleinste Stufe gesnappt. Aber die kann man eben auch noch einmal aufsnappen. So passt die relativ lange und wächst gut mit. Die hat auch so ein richtig süßes Design. Genau. Das ist eben eine Wollüberhose. Da muss man eben entscheiden, ob Wolle etwas für einen ist oder ob das eben nicht so zu einem passt. Ich fand das bei Lia ganz schön. Allerdings später, als ich dann wirklich regelmäßig Stuhl hatte, musste ich die einfach sehr oft waschen. Aber ich wollte dem Ganzen noch mal eine Chance geben und habe mich deswegen hier noch mal für Wolle entschieden. Und habe mir jetzt, wie gesagt, hier einmal diese bestellt und einmal hier von Pupi. Oder Pupi? Ne, Pupi heißt die genau. Die ist so richtig, richtig mini. Also eine ganz, ganz kleine Wollüberhose. Richtig süß. Außerdem warte ich noch auf ein Paket von Windelherz. Das ist auch ein kleiner Shop, der näht Wollwindeln selber. Und da warte ich gerade noch auf ein Paket. Aber da habe ich auch noch ein paar neugeborenen Wollüberhosen mit drin. Und genau, dann habe ich ein paar mehr als diese hier, weil ich finde, die Wollüberhosen sind einfach so schön, weil die halt wirklich so weich sind und halt meistens aus Naturfasern und sowas. Das ist halt immer ganz schön. Aber wie gesagt, jetzt muss man abwiegen, was einem da gefällt und was nicht. So, dann habe ich ganz, ganz viele Überhosen natürlich. Ich habe mich da für viele verschiedene Marken entschieden und bin da jetzt auch nicht ganz speziell bei irgendwas hängen geblieben oder sowas, sondern ich habe einfach geschaut, was bei meiner Tochter sehr gut passt und was wir da sehr viel benutzen. Habe allerdings auch wieder ein paar neue Sachen ausprobiert. Zum Beispiel die von Petit Lulu. Die habe ich bei meiner Tochter noch gar nicht gehabt und die sind dafür bekannt, dass sie hier diesen ganz weichen Fleecebund haben. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil die besonders toll sein sollen für die kleinen Neugeborenen eben wegen diesem weichen Bund. Und das ist eben eine ganz normale Überhose, wo man dann eben eine Einlage reinlegen kann. Oder eben zum Beispiel geht das Ganze dann natürlich auch über eine Höschenbündel einfach so rüber. Wenn man die Wollschlubs nicht nutzen möchte, kann man die auch so einfach so rüber machen. Da habe ich jetzt natürlich auch wieder ein paar mehr. Also Überhosen allgemein. Da habe ich jetzt einmal hier die von Petit Lulu einmal. Dann habe ich hier noch so eine von Bambolic mit so kleinen Raketen. Sowas ist auch eine Neugeborenengröße. Dann habe ich mir drei Stück von Milovia noch ergattert. Milovia ist ja nicht pleite gegangen, sondern die Firma gibt es einfach nicht mehr, weil es keinen Nachfolger gab. Und deswegen habe ich mir ganz fix noch bei Fratz Hosen die letzten Milovia Neugeborenenüberhosen geschnappt. Das ist einmal dieses süße Modell hier. Das hat Lia auch in der One Size Größe. Einmal hier für die Kleinen. Dann habe ich einmal hier dieses Modell. Das finde ich besonders süß. Das hat Lia auch in einer großen Größe. Und noch einmal das hier mit den Kraken. Das fand ich auch ganz süß. Da habe ich dann wie gesagt drei von Milovia. Und dann habe ich mir noch eine von Thirsties besorgt. Die habe ich glaube ich sogar von Ebay Kleiner zeigen. Genau, einfach so von Thirsties. Die ist auch ein bisschen größer als die anderen. Genau, 0 bis 9 Monate steht hier drin. Also die fällt auch ein bisschen größer aus. Kann man aber auch wieder klein snappen. Aber das ist halt schön für den Übergang vor allem. Weil von den kleinen Mini-Überhosen zu den doch etwas größeren ist der Unterschied doch ziemlich groß. Und da sind diese hier für den Übergang total schön. Weil ihr seht, die ist schon ein bisschen größer, die von Thirsties. Aber wie gesagt, soll halt auch von Geburt an passen. Und kann man wie gesagt ja auch klein snappen. Dann habe ich mir noch eine weitere von Petit Lulu bestellt. Und zwar bei Stoffwindelshop. Und zwar in so einem richtig schönen Meeres-Design. Ich finde sie richtig toll und richtig süß. Und die hat wie gesagt auch wieder hier dieses ganz weiche Bündchen. Das ist auch eine neugeborene Größe. Einfach weil ich mir dachte, dass die Überhosen, die ich schon da hatte, die ich euch gerade gezeigt habe, einfach nicht ausreichen. Falls dann doch mal, ja, das Kind halt ein bisschen mehr schittert am Tag. So wie mein kleiner Cousin jetzt. Dann kann halt oft mal was daneben gehen. Und dann, genau, habe ich mich einfach noch für ein paar mehr Überhosen entschieden. Und da habe ich wie gesagt noch einmal die bestellt. Und noch einmal eine von Bambolic. Und zwar auch die kleine hier in neugeborene Größe mit dem Eisbären-Design. Das sieht man hier so ein bisschen. Schaut euch das bitte mal online an. Das ist so schön, dieses Design. Ich bin so verliebt. Und genau, bei der One-Size-Größe ist es komplett auf der ganzen Windel drauf. Und das ist so süß. Hier ist es nur auf den kleinen Flügeln drauf. Aber wie gesagt, einmal mit den kleinen Eisbären drauf. Auch wie gesagt eine neugeborene Größe, die man auch noch richtig schön snappen kann. Und für Milovia gibt es einen sehr schönen Ersatz. Und zwar die Firma Dudusch. Und zwar habe ich mich da auch wieder für zwei Designs entschieden. Weil die Windeln kenne ich noch gar nicht. Die sind halt wie gesagt auch gerade erst so frisch. Also die gibt es schon ein bisschen länger. Aber die werden jetzt gerade erst bekannt. Dadurch, dass Milovia eben... Dadurch, dass es die nicht mehr gibt. Und die hier sind wirklich fast eins zu eins wie Milovia. Und ich bin mit Milovia sehr zufrieden. Und dementsprechend, ja, habe ich mir diese hier auch noch bestellt. Einmal mit Dinosauriern. Richtig süß. Und einmal mit so kleinen Lamas. Die musst du auch einfach mit nicht so schön. Und die sind von innen eben genauso wie die Milovia. Haben hier diesen richtig weichen Fleece. Diese Fleece laschen. Hinten und vorne. Und sehen einfach von innen genauso aus wie Milovia. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die sind. Und genau, da habe ich dann auch wie gesagt zwei Eimer in der neugeborenen Größe. Genau, das war jetzt alles an Überhosen, die ich da habe. Die ich euch gerade hier gezeigt habe. Können wir mal zählen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück. Und wenn man dann überlegt, dass man ungefähr sechsmal am Tag wickelt, sollte das, denke ich, passen. Wie gesagt, man kann die ja immer mehrfach verwenden, wenn die nicht dreckig werden. Es gibt auch Tage, da verwende ich bei Lia eine ganze Woche lang nur zwei Überhosen. Immer im Wechsel. Es gibt aber auch Tage, da braucht Lia fünf Überhosen am Tag. Also es ist immer total unterschiedlich. Aber ich denke, so fahren wir erstmal ganz gut mit diesen Überhosen. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Nachtwindeln oder Höschenwindeln. Die Höschenwindeln muss man ja nicht nur über Nacht anziehen, sondern kann man auch sehr gern am Tag anziehen, weil sie eben sehr, sehr viel saugen. Und wenn ihr zum Beispiel ein Kind habt, was sehr, sehr viel pieselt, könnt ihr diese Höschenwindeln anstatt einfach anstelle von Einlagen benutzen. Ich benutze die für die Nacht und finde die auch wirklich toll, weil Lia halten die 13 Stunden, 14 Stunden wirklich gut durch. Und die sehen eben so aus, so eine Höschenwindel eben. Und von innen haben die eben noch so eine richtig große Einlage eingeknöpft. Man kann sie aber allerdings auch ohne Einlage benutzen, wenn das Kind jetzt nicht so viel pieselt, weil die ganze Windel sozusagen noch eine große Einlage, also die ganze Windel saugt. Sie ist von außen aber nicht wasserdicht. Das heißt, man braucht da immer eine Überhose oder eben eine Wollschlupf. An Höschenwindeln habe ich jetzt diese hier. Die ist von Petit Lulu. Die habe ich bei Lia auch. Die finde ich mega. Dann habe ich euch die ja gerade schon mal gezeigt. Die ist von Anavi. Die sind auch toll. Also Anavi liebe ich total. Und Anavi ist auch die Firma oder die Marke, die bei Stoffwindelshop jetzt neu reinkommt, was neugeborene Windeln angeht. Und deswegen warte ich da wie gesagt noch auf die Designs und suche mir dann da auch noch ein paar aus. Genau, diese beiden hatte ich jetzt schon da. Die habe ich mir auch, glaube ich, bei Ebay bestellt. Und dann habe ich noch zwei Petit Lulu bei Stoffwindelshop bestellt. Die haben die nämlich auch in Neugeborenengröße und in One Size. Und zwar einmal hier so ein Mers Design wieder. Das finde ich auch mega süß. Auch wie gesagt Neugeborenen. Und die haben auch diese eine große Einlage drin. Und dann noch einmal diese hier. Und das Design finde ich auch so goldig. Super, super schön mit so Teddys und Stern und Mond. Genau, das heißt ich habe dann vier. Und dann habe ich mir ganz neu, die kenne ich nämlich noch gar nicht, eine von Cooler, die Tebi. Genau, die kenne ich noch gar nicht. Ich kenne nur die ganz normalen Überhosen davon. Aber noch nicht die Nachtwindeln. Und da bin ich sehr gespannt, wie die sind. Und freue mich auch total. Da ist jetzt auch schon so eine Einlage dabei. Die kann man da hinten in die Lasche reinstecken. Und die hat auch so ein mega schönes Design. Da bin ich auch mega verliebt. Und die ist auch so mini. Schaut euch das mal an. Das ist so eine kleine Windel. Richtig süß. Kann man aber hier vorne auch sogar noch mal kleiner snappen. Falls die nicht klein genug ist. Aber ich finde die schon jetzt schon so mini. Genau, da bin ich aber auch wirklich sehr gespannt, wie die sind. Und ach, dieses Design, ne? Das ist so hübsch. Richtig süß. Genau. Also wie gesagt, bin ich sehr gespannt, wie die sind. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch mehr später, also in der One-Size-Größe, dann mit den Überhosen arbeiten. Weil das hat bei LIA leider auch gar nicht geklappt. Weil ich nur eine Überhose da hatte von Kula di Tebi. Und bei denen ist es halt so, man hat halt die Wannen und die Einlagen und diese Überhosen. Und meistens, also ich sag immer, man muss dann eigentlich komplett auf Kula di Tebi umsteigen. Aber ich würde es gerne mal probieren, weil ich das System an sich eigentlich total cool finde. Und das bei LIA aber, wie gesagt, irgendwie immer nicht geklappt hat, weil immer das alles über die Wanne hinausgegangen ist. Aber, wie gesagt, ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Und hier freue ich mich auch riesig, dann jetzt einmal die Höschenwindel zu testen von denen. Genau, das heißt, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Nachtwindeln, Höschenwindeln. Da braucht man ja, wie gesagt, immer nur eine pro Nacht. Das heißt, ich könnte jetzt schon 5 Tage damit durchwinken, beziehungsweise eher so 3 bis 4, weil man muss ja auch noch Wasch- und Trockenzeit einberechnen. Aber, wie gesagt, da werde ich mir auf jeden Fall noch 3 Stück mindestens nachbestellen, weil ich habe jetzt auch bei meiner großen, habe ich 10 Stück und ich wasche alle 4 Tage und das passt gerade so. Also ich wasche alle so 4 bis 7 Tage. Im Moment muss ich ein bisschen mehr waschen, weil ihr Urin sehr, sehr stark riecht, weil er sehr konzentriert ist, zum Beispiel morgens. Und genau, deswegen werde ich mir hier noch ein paar mehr Überhosen besorgen und vielleicht muss das Kind ja auch zweimal die Nacht gewickelt werden, das weiß ich ja alles noch gar nicht. Und dementsprechend werde ich mir hier noch 3 Stück besorgen, einfach damit ihr ungefähr Bescheid wisst. Dann machen wir weiter mit All-in-Rons. All-in-Rons ist immer so eine Sache für sich, das muss jeder selber entscheiden. Die meisten wickeln nur mit All-in-Rons, andere sagen, brauche ich nicht. Ist genauso wie eine Überhosenwindel. Ich habe mich jetzt trotzdem für ein paar entschieden. Und zwar einmal hatte ich diese hier schon seit Lias Geburt da. Das war nämlich so die erste Stoffwindel, die ich gekauft habe. War leider nie an einem Kind und ist so mit nagelneu. Aber ich habe sie da und sie lag die ganze Zeit trocken im Wickeltisch. Jetzt kommt sie endlich zum Einsatz. Das ist eine von Totspots. In der neugeborenen Größe ist wie gesagt eine All-in-One. Da ist alles schon drin. Die kann so direkt benutzt werden. Die ist auch so unglaublich mini. Also ich hoffe, die passt überhaupt. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dann habe ich mir davon, weil ich von dem Prinzip von Totspots mega überzeugt bin, habe ich mir da noch eine bestellt. Und zwar diese hier. Finde ich auch ganz schön in dem Design. Und die ist von innen eben genauso aufgebaut. Also auch eine All-in-One kann man einfach so anziehen. Die sind sehr praktisch für den Papa, weil der Papa noch nicht so ganz mit den ganzen Einlagen und so zurechtkommt. Und also er wickelt auch mit Überhosensystem. Aber wenn eine All-in-One im Wickeltisch ist, benutzt er immer die. Und dann habe ich mich hier noch für eine von Blueberry entschieden. Und die hat sogar hier vorne für den Nabel so einen kleinen Snap, dass man das runter snappen kann, wenn der Nabel noch nicht abgefallen ist. Zum Nabel sage ich gleich nochmal was. Das war jetzt hier kein Kaufgrund für mich. Ich fand die einfach süß. Und ich wollte die unbedingt nochmal in der neugeborenen Größe testen. Das ist die Simplex Organic. Seht ihr das? Genau. Und die hat eben dieses süße Bienendesign. Und das ist auch eine All-in-One. So sehen die von innen aus. Und dann habe ich, beziehungsweise bin ich begeistert von den Thirstys All-in-Ones. Die hatten nämlich meine große auch. Und da habe ich mich hier einmal für dieses schöne Design entschieden. Das hat meine große auch. Und das sind auch All-in-Ones. Und die von Thirstys sind super toll, weil die super viel saugen. Und da sind eben auch hier die zwei Einlagen schon mit drin. So, wenn ihr richtig mitgezählt habt, seht ihr, das sind vier All-in-One-Windeln. Da werde ich mir auch noch zwei bis drei Stück besorgen. Die hat aber leider der Stoffwindelshop nicht. Und genau das lohnt sich angeblich bei denen nicht. Also anscheinend lohnt es sich nicht. Und deswegen werde ich da nochmal schauen, dass ich da noch zwei, drei Stück mir besorge. Weil, wie gesagt, für den Papa sind die super praktisch. Und wenn es mal schnell gehen muss oder weiß der Geier, ich ziehe die der Kleid einfach auch sehr gern an. Und dementsprechend werde ich mir da noch welche besorge. Ich denke, dass ich da aber auf jeden Fall auf Totspots oder Thirstys zurückgreife, weil die gefallen mir einfach am besten. So, dann habe ich noch drei Pocket- beziehungsweise auch Überhosen für euch. Also für mich sind es Pocket-Windeln irgendwie, aber eigentlich sind es auch Überhosen, weil die Einlagen werden nicht reingelegt, sondern reingesnappt. Und zwar sind die von Pop-In. Da habe ich einmal dieses Design hier von Fratz Hosen. Das ist ein Vogeldorf. Ich zeige euch die gerne nochmal von innen. Dann habe ich mir noch einmal dieses hier bestellt. Und dann noch einmal hier mit Löwen. Und wie gesagt, das sind eigentlich Überhosen, die halt schon so eine Einlage mit drin haben, beziehungsweise zwei Einlagen. Und die sind halt vorne so reingesnappt. Also die haben hier vorne halt so einen Knopf und da sind die halt drin und sonst legt man die halt nur so rein. Für mich sind das irgendwie trotzdem Pocket-Windeln. Und ich verbinde das immer mit Pocket-Windeln, obwohl es eben, wie gesagt, echt keine sind. Das sind einfach Überhosen. Genau, da legt man eben hier diese Einlage rein und dann zieht man die an. Ich habe von den Pop-Ins nur Gutes gehört, was neugeborene Windeln angeht. Ich kenne die noch gar nicht. Ich kenne die auch nicht von meiner großen oder so. Aber ich habe wirklich im Thema neugeborene Windeln nur Gutes von denen gehört, weil die toll passen sollen, weil die viel saugen sollen und weil die einfach schön halten sollen. Die Pop-In-Windeln haben auch ein doppeltes Beinbündchen, was sehr praktisch ist bei Muttermilchstuhl. Wenn der doch ein bisschen flüssiger ist, dann kann da nicht so schnell was auslaufen. Und sonst könnt ihr hier aber auch einfach, wenn die Einlagen rausgesnappt sind, das kann ich ja mal machen, das habe ich noch nie gemacht, so, dann könnt ihr die als ganz normale Überhose benutzen. Also könnt ihr hier vorne in die Laschen die ganz normale Einlage reinstecken und hinten ebenfalls und dann ist das eine ganz normale Überhose. Genau. Aber da habe ich, wie gesagt, auch nochmal drei Stück von Pop-In, weil da wurde wirklich nur Gutes erzählt drüber. Und dazu habe ich auch noch bei Franzosen bestellt einmal Einlagen. Genau, die sind auch direkt von Pop-In. Das sind die Booster aus Bambus. Kann ich auch mal eine hier rausholen. Genau, das sind einfach nochmal Booster, die man da mit reinlegen kann. Und die passen wohl auch perfekt da extra richtig schön rein. So, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich habe hier auch noch so kleine Snappies. Die sind dafür da, um um das Kind rumzuwickeln, zum Beispiel mit einer Mullwindel. Mullwindeln habe ich noch ganz viel von meiner Tochter da. Die benutze ich gerne auch als Pre-Fall, wenn ich die einfach so falte. Oder einfach so als zusätzliche Einlage kann man die sehr gut benutzen, weil die sehr viel saugen durch den hohen Baumwollanteil. Diese Snappies, die haben hinten so kleine Zacken dran. Und da kann man eben diese Mullwindeln, also ganz normale Spucktücher, um das Kind herumwickeln. Da gibt es ganz viele verschiedene Falttechniken. Da kann man die mit diesen Snappies festmachen, damit es nicht wieder aufgeht. Und dann ist es im Endeffekt wie eine Höschenwindel. Ich möchte euch das vorstellen, das wird dann hier so zusammengesnappt. So, statt dem Klettverschluss habt ihr dann hier so ein Snappie. Und da könnt ihr dann auch einfach ganz normal eine Überhose drüber machen. Und dann habt ihr eine Komplettwindel. Das Gute dabei ist, dass sie statt einer Einlage halt auch an den Beinchen schön abschließt und obendrum auch noch, also schön so um das Kind herum halt ist. Und das ist beim Muttermilchstuhl ganz besonders gut, damit er nicht so schnell ausläuft und auf die Überhose gerät. Und er saugt, so saugt die Windel halt auch viel mehr, weil sie halt wie gesagt wie so eine komplette Höschenwindel ist. Das könnt ihr natürlich auch noch boosten mit verschiedenen Einlagen und euch das sozusagen selber zusammenbauen. Das habe ich bei meiner Tochter damals sehr gern gemacht, als wir angefangen haben im halben Jahr. Und das wollte ich jetzt wieder machen, aber wie gesagt, da habe ich noch alle Mullwindeln da. Deswegen habe ich mir da keine neuen bestellt. Und ich glaube, ich habe so ungefähr 10 bis 15 Stück da. Von diesen Snappies habe ich übrigens vier Stück. Das ist jetzt rosa und wir kriegen einen Jungen, aber das ist mir wirklich völlig egal. Aber genau, nur damit ihr mal wisst, was ich ungefähr da habe. Bei Stoffwindelshop gibt es übrigens auch natürlich ganz viele Mullwindeln. Und die haben jetzt sogar so eine eigene kleine Firma rausgebracht, so ein kleines Label. Und zwar Lenolana. Und da habe ich hier auch einmal zwei Mullwindeln. Die sind richtig schön in so einem Mintgrün. Also die bekommt ihr dort auch. Und vor allem gibt es dort auch von der Lenolana-Reihe ganz viele nachhaltige Produkte. Einkaufsbeutel, Brotdosen, etwas für den Haushalt. Also ganz viel für den Haushalt. Da gibt es nicht nur Stoffe, sondern alles um das Thema Nachhaltigkeit im Haushalt und so weiter. Bei meiner ersten Tochter hatten wir diese Wegwerfunterlagen. Und das hat einen riesen Müll produziert, weil sobald da so ein kleiner Fleck drauf war, konnte man die eigentlich komplett waschen. Oder musste man die komplett wegschmeißen. Und dann habe ich überlegt, das muss doch auch anders gehen. Und habe mir dann natürlich zu den Stoffwindeln auch direkt waschbare Unterlagen bestellt. Und das ist so einfach, das System. So cool. Ich habe bei meiner Tochter vier Stück und damit kommen wir locker rum. Falls mal was daneben geht, ist es nicht schlimm. Dann kommen die einfach mit in die Stoffwindelwäsche. Ich habe mir jetzt hier noch eine von Blümchen mitbestellt. In diesem Design. Und die hat hier außen einfach diesen PUL-Stoff wie die Windeln. Das heißt, da kann kein Pipi durch oder sonstiges. Und der Wickeltisch bleibt immer frisch. Und auf der anderen Seite ist sie richtig schön weich, kuschelig. Man legt da gerne sein Kinn drauf, dass es nicht kalt ist. Es ist wie so ein richtig schönes Frottee-Handtuch. Also sehr angenehm. Und vor allem auch eine richtig schön angenehme Größe. Und da habe ich mir jetzt noch eine dazu bestellt. Weil es mit den Neugeboden immer öfter sein kann, dass da was daneben geht. Genau, deswegen habe ich jetzt fünf Stück insgesamt. Und dann kommen wir auch schon zu den Einlagen. Das ist natürlich auch ein super wichtiges Thema. Wie viel brauche ich da? Was tue ich irgendwie zusammen? Genau, ich habe mich jetzt hier ganz besonders für PUL-Folds entschieden. PUL-Folds sind für mich einfach das Schmuckstück bei Stoffwindeln. Denn die saugen extrem viel. Man kann die sehr schön falten. Man kann sie auch um das Kind herum falten. Dann wieder mit den Snappies. Hier. Genau, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich alles besorgt habe jetzt. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Aber wie gesagt, das testen wir dann in der Praxis. Ich habe mir damals einmal zwei Probestück-Pre-Folds mitliefern lassen bei Fratzhosen bei meiner Bestellung. Damit ich einmal weiß, wie groß die sind, die Neugeborenen. Und wie unterschiedlich sind die Marken. Ich habe hier einmal eine Neugeborenen von Blümchen. Die hat hier den blauen Rand oben. Eine Pre-Fold sieht ja so aus. Und die kann man dann eben falten. Und dann als Einlage benutzen. Und die saugen wirklich sehr, sehr stark. Das ist 100% Baumwolle. Die ist jetzt von Blümchen. Und ich wollte einfach mal den Unterschied sehen zwischen den Firmen, wie gesagt, und den Unterschied zwischen den One-Size-Pre-Folds von meiner jetzigen Tochter und den Kleinen Neugeborenen. Ich habe jetzt hier noch eine von XKKO. Die sind auch wirklich sehr, sehr toll. Die haben hier den gelben Bund. Und ihr seht, glaube ich, einfach mal diesen Unterschied zwischen Blümchen und XKKO. Also, ja. Der ist schon recht groß noch. Und das hier sind halt die kleinen Neugeborenen. Deswegen habe ich mich tatsächlich hier für diese Firma entschieden. Und mir da noch ein paar Extra-Pre-Folds bestellt. Und zwar haben die auch wieder ganz verschiedene. Mit verschiedenen, ähm... Ja, Inhaltsdomen, sage ich jetzt mal. Einmal habe ich mir ein Set bestellt mit 100% Baumwolle. Das ist genau dieselbe wie diese hier mit dem gelben Rand oben. Und das ist hier ein Paket mit 6 Stück in der Neugeborenengröße. Die sind 29 mal 30,5 cm, wenn sie ausgefaltet sind. So sieht das wie gesagt aus. Das sind 6 Stück im Paket. Und dann habe ich mir noch die aus Bambus bestellt. Bambus soll einfach noch ein bisschen intensiver saugen. Und ich wollte es einfach beides mal testen. Sonst sind die komplett gleich. Außer, dass hier eben Bambus drin ist. Und hier 100% Baumwolle. So habe ich schon mal 12 Stück. Und dann wie gesagt hier noch die eine von Blümchen und hier einmal von XKKO. Dann habe ich mir noch dazu bestellt bei Stoffwirtelshop von Milovia ein paar Einlagen. Da könnt ihr ab und an nochmal ein paar Restbestände ergattern, sage ich mal. Und von diesen bin ich, also es sind Bambus Liner. Fünf Stück. 33 mal 29 cm. Die könnt ihr auch falten. Ich packe mal eine aus. Und bei denen ist es so schön. Ich habe bei meiner Kleinen nämlich die Einlagen oder die Booster von Little Lamp. Und die sind halt richtig weich und die haben so eine ganz hochflorige Schicht oben drüber. Es ist sehr frottig mäßig. Und es haben diese hier auch. Und das Gute dabei ist, dass da eben der Muttermilchstuhl sehr gut aufgefangen wird. Und nicht so leicht da am Rand vorbeischwirren kann. Sondern hier eben schön aufgehalten wird. Und die kann man sehr gut falten. Wie eine Prefall. So, seht ihr das? Und dann kann man die zum Beispiel einfach auf eine Prefall drauflegen. Und dann ist hier oben der Muttermilchstuhl schön sicher. Und kann nicht so schnell an den Seiten vorbeihuschen. Es ist super weich. Und ihr habt noch so einen zusätzlichen kleinen Booster. Weil diese kleinen Booster saugen einfach nochmal extrem viel. Und dann habt ihr eben nochmal die Prefall und so habt ihr echt ein wirklich sicheres Paket. Und ihr könnt so wirklich sehr lange wickeln. Und da einfach eine Überhose drüber. Und fertig. Genau, und da habe ich hier wie gesagt einmal ein 5er Paket. Die wollte ich jetzt auch mal testen. Weil ich bin schon so oft an diesen Linern von Milovia vorbeigelaufen. Und finde die jetzt wirklich total toll. Wie gesagt, bei meiner großen habe ich die von Little Lamb. Die sind nicht zum Falten, sondern die sind einfach so komplett fest. Also einfach so eine Einlage. Die sind aber auch wirklich sehr, sehr toll. Und da werde ich mir eventuell auch noch ein paar dazu besorgen. Weil das hier sind wie gesagt nur 5 Stück. Und dann kann man, die kann man immer sehr, sehr schön oben, wie gesagt, mit drauflegen. Das finde ich immer ganz toll. So, dann habe ich noch ein paar Saug-Einlagen von Blümchen. Bei Blümchen allgemein bekommt ihr Stoffwindeln und auch Einlagen zu einem mega, mega günstigen und fairen Preis. Also erst recht an Einlagen habe ich bei meiner kleinen, ich glaube 60% oder 70% Blümchen. Weil die wirklich sehr, sehr günstig sind. Und einfach, ja, schön viel saugen. Ich habe jetzt hier so ein Riesenpaket mit 10 Stück. So 10 Saug-Einlagen. Ich kann euch da auch mal eine rausfummeln. So. Und die sind auch wieder aus Bambus und aus Baumwolle. Also 70% Baumwolle. Äh, 70% Bambus-Viskose und 30% Baumwolle. Genau. Und das sind eben so, auch wieder so Einlagen. Die sind auch sehr weich oben. Könnte man also auch sehr gut, äh, über einer Pre-Full wieder benutzen für den Muttermilchstuhl. Und halt zusätzlich auch nochmal als kleinen Booster, beziehungsweise Einlage, die dann auch nochmal ein bisschen kräftiger saugt. Erst recht, Bambus-Viskose saugt sehr, sehr viel. Genau. Das ist also auch wieder so ein schönes Paket. Und die sind, wie gesagt, einfach top zum, ähm, boosten, zum allgemeinen Wickeln. Ihr könnt natürlich auch nur zwei von diesen hier nehmen. Oder ich zeige euch gleich noch ein paar andere Einlagen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Aber, wie gesagt, hier noch einmal so ein großes Paket Einlagen. Und dann habe ich hier auch noch eine Einlage von Blümchen, die ist aus 100% Baumwolle. Und die ist auch ganz weich und ganz zart und vor allem ganz klein. Wenn ihr die hier im Vergleich einmal anschaut. Die ist doch schon ein bisschen kleiner. Genau, 100% Baumwolle. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten. Da müsst ihr euch einfach mal durchstöbern. So, dann habe ich zu meiner, dann habe ich zu meiner Einwollüberhose hier von Pupi. Einmal zwei Pupi-Einlagen, die extra eben für diese Windeln geschnitten sind. Die sind so ein bisschen, seht ihr das? Hinten und vorne so ein bisschen breiter als in der Mitte. Haben dadurch natürlich einen sehr schmalen Schnitt am Kind. Und sind auch wirklich sehr, sehr schön weich. Also die würde ich sogar, ach, das ist wirklich total schön. Und saugen natürlich auch wieder extrem viel. Die sind auch wieder aus 100% Bio-Baumwolle. So, dann habe ich noch 1, 2, 3, 4 Blümchen-Bambus-Plus-Saugeinlagen. Also nochmal so richtig schöne, kleine, kräftige Booster. So sehen die auch. Sie sind ein bisschen kleiner, aber perfekt zum entweder unten drunter legen bei so einer Pre-Fall. Dass ihr eben unten drunter nochmal richtig schön saugt. Oder auch oben drüber, je nachdem. Genau, auch richtig schöne Einlagen, die nochmal richtig schön saugen. Wie gesagt, aus Bambus-Viskose und Polyester. Dann habe ich hier noch Einlagen. Auch die Bambus-Plus. Nur halt ein bisschen länger. Also das hier sind die kleinen. Und dann habe ich noch einmal die großen. Auch das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und dann noch einmal. Oh Gott, die sind auch weich, ey. Hammer. Einmal von Blümchen wieder. Wie gesagt, Blümchen. Es sind einfach Top-Einlagen. Saugeinlagen. Bambus-Kohle. Die darf man allerdings auch nur bei 40 Grad waschen, sehe ich gerade. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Die sind 4-lagig. 4-mal Bambus-Viskose und einmal Holzkohle. Genau, und schau sind die schwarz. Ich glaube, da erschrecken sich jetzt einige. Ist gar nicht so schlecht bei zum Beispiel... ...Flecken nachher. Die bleiben da natürlich nicht so schnell drauf. Und ihr seht das, glaube ich, das ist so weich hier. Wie so eine Fließdecke ist das. Richtig schön weich. Und genau. Bambus-Kohle saugt auch wieder sehr, sehr viel. Ist auch wieder ein besonderer... ...ein besonderer Inhaltsstoff. Genau, da habe ich auch einmal. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ja, und das war es dann tatsächlich auch schon mit der Neugeborenen-Ausstattung. Ich habe mir noch einen großen Red Bag dazu bestellt. Der ist auch von Blümchen. Die XXL Red Bags von Blümchen sind der Wahnsinn. Also die gefallen mir total gut. Und da passt ordentlich was rein. Und ich weiß immer, wenn der voll ist, ist ungefähr meine Waschmaschine voll. Ich habe auch nur eine 5-Kilo-Waschmaschine. Da passt das ganz gut. Und den habe ich auch noch dazu bestellt, weil wir nur einen hatten. Und ja, das hat mich schon genervt von meiner Tochter, wenn der einmal in der Wäsche war. Da musste ich halt immer auf meine ganzen kleinen Red Bags für unterwegs zurück. Dann hatte ich nachher so 5 kleine Red Bags. Und da habe ich lieber jetzt einfach einen großen. Und jetzt ist es ganz praktisch, weil wenn der eine nass ist, habe ich den anderen. Und ne, andersrum. Passt perfekt. Jetzt habe ich 2 Stück. Und erst recht nachher mit dem Zwerg. Ich weiß nicht, ob ich mir da sogar noch einen besorge. Ja, weil jetzt habe ich ja auch schon einen Red Bag immer voll mit meiner Kleinen. Und dann noch ein Kind dazu. Muss man ja immer so ein bisschen aufpassen. Oder schauen, dass das alles passt. Ich habe bei Shop in the Shop noch ein paar Sachen für meine Große mitbestellt. Unter anderem Trainerhosen. Da kann ich euch mal eine zeigen. Und zwar sieht die so aus. Das ist einfach so eine kleine Unterhose. Die aber hier im Schrittbereich noch so eine kleine Extra-Einlage eingenäht hat. Das heißt, wenn das Kind einmal Pipi macht, ist das nicht schlimm. Und die Windel hält es auf. Aber es ist halt perfekt zum Üben, wenn man dann nachher anfängt zu trainieren. Und das wollen wir jetzt langsam mit der Kleinen machen. Im Sommer ungefähr. Und dann, genau, haben wir hier einmal eine von Betilolu. Und hier habe ich nochmal eine von. Die ist von Popolini, genau. Und die sieht noch ein bisschen mehr aus wie so eine Unterhose. Seht ihr? Und hier sieht man auch richtig schön die Einlage da drin. Also es ist hier im Schritt einfach noch so ein bisschen ausgepolstert. Damit eben, falls dann doch mal was daneben geht, dass es dann wirklich aufgehalten wird. Und nicht direkt in die Hose geht, sondern eben hier in den Schlipfer. Das bekommt ihr also auch dort im Stoffbindelshop. Also schaut da einfach mal vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr bekommt da wirklich die komplette Ausstattung. Außerdem habe ich meine kleine Maus auch nochmal mit ein paar extra Überhosen ausgestattet. Sowohl von Totspots als auch von Dudusch. Und zwar einmal dann in den One-Size-Größen. Weil meine kleine Maus im Moment so viel pinkelt, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme mit den Wickeln. Also eigentlich haben wir immer nur drei Windeln am Tag gebraucht. Jetzt brauchen wir schon wieder doppelt so viel. Weil sie einfach sehr, sehr viel pinkelt im Moment. Und ihr das auch total schnell unangenehm ist. Also sie sagt sehr, sehr oft Bescheid, dass sie eben eine neue Windel möchte. Und dementsprechend habe ich jetzt hier nochmal ein paar Überhosen nachbestellt. Wie gesagt, ein paar von Totspots und auch von Dudusch. Auch richtig süß hier nochmal mit den Lamern, wie der kleine Mann dann auch neu ertragen wird. Genau, ihr bekommt also alles dort. Und ich denke, ihr werdet auf jeden Fall fündig. Ich habe noch einen Rabattcode, fällt mir gerade ein, mit Maggie5. Spart ihr 5 Euro auf eure Bestellung. Genau, also es lohnt sich noch mehr, Leute. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mit neugeborenen Windeln wickelt oder gewickelt habt. Schreibt mir gerne, wie das ist. Wie gesagt, ich bin in dem Gebiet total neu. Und freue mich riesig aber auf die Zeit. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!